Ich habe damals ja, bevor ich anfing, mein YouTube Money zu kriegen, habe ich ja selber gespielt. Ah, come on! Da würde es dann auffallen, wenn ich dann jetzt so gut wäre. Herzlich willkommen zurück zu Overwatch mit Goway. Johann, ich hätte gerne noch einen Eistee. Ist das bei euch auch nicht so? Ja, 28 Grad. Und es wird noch heißer, mach den Bieden, fiebte Leiser. Oh, er ist so low! Danke. Er ist down. Äh, wo ist der Turret? Ah, sehr gut. Dann machen wir Auto, Auto-Aim hier. Bäschen Auto-Aim. Oh, lol! Äh, du fürs Low, du fürs Low, du fürs Low. Du fürs Down. Ja. Oh, der Zen! Ich krieg euch da, ne? Also die nicht. Sah ja, die leuchtet wieder wie ein Weihnachtsbaum. Haben wir einen Junkbred? Nee. Bred, Bred, wir haben nur einen Healer. Und dann nicht mal einen guten für Bastion. Wir hatten eigentlich eben zwei. Und dann ist der... Und dann hat der Turbjörn. Genommen. Weg, 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 weg. Du fürs Ende. Ist er down? Ja, ab ihn. Müssen wir langsam mal was killen hier. Ich hab schon viel gekillt eigentlich. Ja, ich mein mich. Ah gut, ich hab halt kein Heal. Ich hab zwei Schilde. Und Torbjörn. Die haben nur Widow. Die haben nur Widow jetzt, ja. Ich mein, mir soll's recht sein, ne? Okay, der Doomfist ist auf Widow gegangen. Okay, ich hab Doomfist geärgert. Weg, 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 heilen, 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 heilen. Immer ein gutes Zeichen, wenn der, den du öfter gekillt hast, dann auf den Helden wächst, den du warst. Ich bin down. Ah, den Punkt haben wir verloren, glaub ich, oder? Torbjörn ist da. Torbjörn war da. Punkt ist verloren, ist keiner da außer dir. Oh, scheiße. Da hat er doch nicht gern gekriegt. Ah, jetzt haben sie genommen. Das ist natürlich ne logische Wahl. Wenn der andere auf Moira geht. Vor allem auch unsere Brigitte hat da vorne gerollt, die gemacht. Auch ne sehr logische Wahl, ganz alleine da. Weil der Floor, jawoll. Hat sie nicht mal die Schilder verteilt? Jawoll. Nee, 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 nee. Die ist da vorne gegangen. Also, Fairness kriegt die, nee, Zusammenspiel kriegt die nicht. Nee? Muss doch mal gut spielen hier. Mhm. Muss man sich verdienen. Der Reinhardt, der kriegt das. Der Pöbel nicht. Ah, man kann das jetzt. Nee, wenn du spielst, kann man das. Der Pöbel. James. Johann. Johann. Bitte vergebe Sportmanship an. Goro spielt nicht sehr, weil der hat einen Butler dafür. Mitarbeiter. Oh, lol. Mitarbeiter. Ja. Das sind aber nicht die ESL1-Spieler, weil das würde auffallen. Ich hab damals ja, bevor ich anfing mein YouTube Money zu kriegen, hab ich ja selber gespielt. Ah, come on! Da würde es dann auffallen, wenn ich dann jetzt so gut wäre. Alter, der hat mir aber in die Hose geschissen, als er mich abballern wollte. Äh. Ich hab nur in meinen Hose geschissen. In meinen Hose geschissen. Niemand kann sich von meinen Seiten schenken. Niemand kann sich von mir verstecken. Oh, ne, Fidi, ruhig. Anna ist da unten, ne? Machen wir mal was. Okay. Oh, ich hab gut aufgerocken, würde ich sagen. Hat nichts gekillt. Ja, schön, ist vielleicht auch nicht so die richtige Wahl ohne Healer. Ganz nice. Ganz, ganz unnice. Ich hab zwei Kills und die hab ich noch vom Anfang. Oh, oh. Farrah will mich. Farrah! Das ist auch schlecht. Ja, gut, dass ich da nicht hingegangen bin. Äh, only one tank. Na gut, dann lass uns doch mal. Was haben die denn so? Okay, ich bin tot. Ah. Ich mach jetzt mal den Dicken hier. Some needs to kill Farrah. Some. Somebody. Oh. Ähm, oh. Keiner gesehen. Widow ist runtergespielt doch nicht. Somebody. Ja, die Farrah stand hinten. Zaya's low. Zaya's never died. Ach, warum hookt die denn immer noch? Farrah is low. Ja, ich bin grad nicht da. Zaya's down. Jetzt ist viel. Zaya low. Zaya down. Zaya low. Zaya down. Lass den Zen noch nicht gehen, ey. So. Hab ich doch nicht. Zen Yatta musste sterben. Ja, time to heal up. Thank you. Double time. Er hat nach altem Rost gerochen. Gerochen. Hier, Anna, für dich. Ah, Mist. Ich hatte Anna, aber da war der Bubble dann. Jetzt haben die ne Tracy. Die ist hinter uns, ne? Ja, die ist ins Gebäude oben rein. Kann ich hier welche in den Abgrund ziehen? Ne. Der Typ will immer... Dieser R-E-S. 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 Weiß ich nicht. R-E-S. Der wechselt ständig den Helden, damit er mich countert. Der hatte doch eben Bruder. Nefi, was tun wir jetzt? Nefi, wir müssen was tun! Wo ist Farrah? Hinter uns ist Tracy. Die ist da hinten bei dir. Die ist down. Farrah ist tot. Ne, Tracer. Tracer hab ich getötet? Ja, da war die aber noch nicht tot. Nicht, wir müssen die nicht so chasen. Ich kann nicht F drücken. Ich weiß nicht, warum die immer so chasen. War das nicht F? Ist das jetzt G? F ist Teleporter. Was denn? F ist jetzt der Teleporter nutzen. Das ist halt dumm. Oh, ist das dumm. Ja. Jetzt sterben alle. Ich leg das wieder um. Ja, nur für mich gesolo ultet! Ich hab sie geholt. Tode sehe man noch nicht. Immer noch nicht. Sie hat ein HP. Dauert ein bisschen länger heute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab unendlich Zeit. Sie checkt es nicht. Danke. Ich hab unendlich Zeit. Ja, Diana hat sich gecheckt. Unendlich Zeit. Für immer. Nefi spielt nur noch diese eine Runde. Das war knapp. Pusht doch nicht so weit. Pusht doch back! Ich bin nicht verbunden. Ich wollte euch nur, dass ihr hinguckt. Dass das jetzt G ist! Ist das echt G? Ne, G ist bei mir Chat öffnen. Aber Chat öffnen ist doch enter. Ne, G ist bei mir auch Chat irgendwie. Wir wissen, dass ihr euch nicht mal verdrückt. Die Hooks, die Hooks, die sitzen heute. Ich dachte gerade kurz, ich hätte Fair erwischt. Die ist da immer noch im Raum drin, ne? Mit Reinhardt. Ja. Hab ihn. Haha, Fair was runtergefallen, oder? Ja, ja, ja. Sie kommt nicht hoch. Sorry. Tracer unten. Sie ist da. Nice. War das die Pharah? Pharah ist weg. Okay, glaube ich. Er ist geswitcht. Ah, jetzt ist Rath with an Widow. Und die Pharah ist ein Roadhog. Der will halt Leute in den Abgrund ziehen. Weil das hat mit Pharah schon nicht so gut funktioniert. Süß. Oh, danke. Die Hooks, die sitzen. Ich schwörs. Meine Hot Shots sind heute auch ganz nice eigentlich. Get them off me. Phrax. 30 seconds. Oh, scheiße. Freck du. Sie die will auch nicht. Das ist nicht unsere. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Es fallen. Genji kommt. Ach, jetzt steht die da. Fuck. My ultimate is almost ready. Fuck. Check your head. Okay, ich hab die... Oh, die verlieren wir jetzt noch? Ernsthaft? Ja, wir verlieren das noch. Oh, Widow sieht mich. Komm, schnell, schnell zur Payload. Ich kann nicht zur Payload, weil die Widow mich sieht. Ich hopp hier noch so ein bisschen rum. Ich nehm jetzt so schnell Winston. Nee, 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 nee. Komm auch. Nein, ach komm. Ich hab 24 Kills gemacht. Ah. Oh, wie ich keine Dings bekomm. Keine Highlights. Ähm. Das weiß ich tatsächlich nicht, wer sonst noch gut war. Ich hab nur einen geliked. Drei. Auf die 100 XP extra kann ich mir auch schenken. 150. Jawoll! Der Nephiast, da kriegt er noch ein Kärtchen. Da kriegt er noch ein Kärtchen. Das gönnt er sich noch so ein kleines Kärtchen. Ein klein, kleines Kärtchen hab ich mir gegönnt. Ich möchte gerne wieder so die Doppel-XP-Wochen haben. Das war cool. Oh! Das kann nicht immer so sein, sonst wird's normal. Das war schön. Das war schön. Darf ich mir einen Booster kaufen oder so? Wie bei Fortnite. Ist das dann Pay2Win? Weil es ist ja eigentlich nur Lootboxen-Farm. Kommt das alles wieder in die Diskussion rein? Eigentlich ja nicht, ne? Nein, nein. Jeff. Papa. Papa Jeff. Papa Jeff. Gibt's schon Neuigkeiten zu Hammond? Können wir ja mal live in der Aufnahme machen. Ich hab so schwitzige Hände, dass mein Handy meinen Finger nicht erkennt. Der PTR updatet sich ja nicht, wenn man das Spiel spielt. Ja, aber Twitter kann. Twitter. Overwatch. Eww. Ne, das letzte ist nur The Champion Revealed. Das Einzige ist halt, dass das Champion steht und nicht Hero. Weil normalerweise sind das ja Heroes. Oh. Das ist das Einfachste. Es ist Zeit. Someone wants to get a good teammate endorsement. Warum, was hat er denn? Er ist von irgendwas auf einen Healer gewechselt. Er ist von... Die war auf... Ne. Ach, sieht man jetzt hier gar nicht. Scheiße. Auf jeden Fall hat einer geschrieben, Can we get at least one real Healer? Und dann ist er auf Ana gegangen. Got you. Und dann, someone wants to get a good teammate endorsement. Ja. Ich seh. 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 Attack the objective. Attack the objective. You get it, if we win this. Oh. Jetzt wird der auch noch gestochen. It's obvious nicht. Widow. Widow. Symmetra. Symmetra down. Symmetra down. Winstone. AFK Mercy. Nein! Die steht hier in diesem... in diesem komischen Raum drin. Ich hole mir die Widow mal. Sie ist down. Alter, die war AFK und... und die Widow hat mich dann gekillt. Oh, da war ich... Da hab ich kurz losgedreht. Meine Nachbarn haben das tatsächlich auch noch nicht gehört, dass ich aufnehme. Hast du Angst? Ja, ich hab eine Folge gemacht, die hab ich dann eher so ruhig gehalten und so. Ihr habt doch mal den Punkt ein. Wir halten die alle zurück hier gerade. Außer Winston. Ja, ist egal. So, danke. Ich bin dein Schild. Ich bin dein Schild. Das kleine Mini-Schild ey. Du hast ein kleines Mini-Schild in der Hose hast du. So, jetzt hab ich's dir gegeben. Die Payload führt einfach durch. Dafür ist ja ganz schön... Dafür ist mein Schild ganz schön dick. Ganz schön mächtig, sagst du. Das ist toll, wie die alle nach vorne rennen. Rolling with the Payload. Und dann ist Neuer reingejoint und jetzt schaut Roxella zu. Tja. Sorry, bra. Fahre mit the Payload. T-t-t-t-t-t-t-t. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Ohh lol, da kommt ein... Ah! Oh mein Gott. Da sind Dinge geschehen, die hätten nicht passieren sollen. Was ist mit dem Junkwirt? Wieso macht den keiner? Oh mein Gott. Dip, 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 dip. Wohin dip, 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 dip. Ja, keine Chance. Äh. Also, Papa Mario, ja, hat nicht Goldhealing. Das hab ich. Oh. Just saying. Der Papa Mario. Den hab ich jetzt geheilt. Ihr habt euch einen Fehler. Eigentlich wollte ich dich heilen. Marked by the dragon. Marked by the dragon. Oh, nice. Ah, der kam nicht. Der kam von der Flanke. Oh, oh. Alles weg. Nice. Nein. Oh, der andere ist tot. Ich hab kurz den Schild weggemacht. Und dann... Und dann hat Bruder mir den Kopf eingetrümmert. Oh, das ist nice. Oh, lol. Hast du 100%? Hm, hatte ich kurz, glaub ich. Es gibt Papa Mario und Mama Luigi. Echt? Stimmt, Momo Luigi. Oh, lol. Ich hab dich. Ja, okay. Buste mich hoch. Nein. Gerade rechtsklick gedrückt. Der Prügel mich, komm. Der Winston. Winston wusste nicht, wo er hin soll, weil alles geschildert war. Reinhard von hinten. Ähm. Hab ihn geschildert. Hab ihn geheilt. Ist da jemand da oben oder waren das die Turrets? Ja, der Junklips. Ne, da oben war der ein Turret von Simatha. Oh, lol. Warst du das? Ja. Okay, cool. Dann komm ich nämlich zu dir eigentlich. Ich schütt. Winston low. Ich brauch so dringend Healing. Ich hab dich. Okay. Junklip hat Ult, kommt. Ja, ich bin reingelaufen. Ich hatte keine Chance. Aber ich hab gleich Ult und der Hanse ist immer tot, wenn ich auch Ult hab. Er hat jetzt eigentlich gerade Solo-Ult. Sag doch mal Bescheid hier. Äh. Auf Kuh musst du das sagen. Auf Kuh. In der Base. In der Base. Das hab ich leider nicht hingekriegt, sorry. Oh, von hinten. Jetzt Hanse. 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 Was macht kein Bock? Der hat kein Bock, sagst du? Der spielt nicht so oft Overwatch. Der wird 482. Spielt nicht so oft. Hanse. Das hab ich jetzt gar nicht verstanden, was das sollte. Alter, das war doch schon Arbeitsverweigerung, oder? Äh, ich kann ja. Die haben eine Pharah. Ach, der Tele ist da oben. Die Sim ist hinter uns. Ja, 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 ja. Die Pharah ist jetzt da wieder. Macht die Neslow. Oh mein Gott. Ich hab 80%. Okay. Wir haben noch vier Minuten, also ist alles gut. Dann sollt ihr kein Bock auf eine Saiya, dann geh ich auf. Soldier. Ich hab kein Gez. Ja, Soldier hätte ich jetzt aufgewechselt, gleich sonst. Ach, das war unser Genji. Ja. Das war okay. Ey, Lau, was passiert? Zwei sind down. Oh, Winston. Geh weg. Alter. Die Pharah geht mir halt auf die Eier. Die kriegen wir da oben nicht weg, oder? Symmetra ist weg. Hier sind überall Türme. Oh mein Gott. Die Türme sind so viel stärker geworden. Jetzt weiß ich, warum die nur noch drei hat, ey. Alter. Ich kann sie auch wieder schwacher machen und dann mehr Türme geben. Nee, die Türme sind so stark. Ich weiß nicht, ob sie da noch was dran ändern. Das ist schon Absicht, ey. Die sind schon so stark. Das ist Absicht, dass sie so stark sind. Das ist bloß, dass sie so stark sind. Ich weiß nicht, dass sie so stark sind. Okay, ich weiß nicht, dass sie so stark sind. Aber trotzdem glaube ich, wenn sie so stark sind. Oh mein Gott. Okay. Ich beende kurz die Frau. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.